Hallöchen, hier ist die Anja wieder, heute mit mal einem selbst gebastelten Spielzeug. Den Tipp hatten wir von unserer Krabbelgruppenleiterin bekommen. Einfach einen Karton nehmen, einen alten Loch einschneiden und Schnuffeltücher aneinanderketten. Das Kind hat wahnsinnig viel Spaß damit, wie man hört. Ich komme selbst nicht dagegen an. Und sie könnte das den ganzen Tag machen. Das ist mal ein Tipp für zwischendurch, für ein ganz kostengünstiges Spielzeug, womit auch ihr Kleines bestimmt viel Spaß zwischendurch hat.